Cool bleiben? Check! Hier kommen die neuen Folgen mit deinen Best Buddies. Mit Max und Shred und Bucket und Skinner sind Freundschaft und Aufregung garantiert. Ich flippe aus! Jetzt heißt es tief Luft holen und bereit sein für neue Überraschungen und unerwartete Einsichten. Ignoriert niemals die Bedürfnisse der schönen Menschen! Bucket und Skinner und direkt danach Max und Shred. Die neuen Folgen, jeden Sonntag um 19.55 Uhr bei Nicktoons.